Und am nächsten Tag geht's aber wieder, geht wieder und dann macht's halt weiter. Ich weiß, dass ganz viele gerade vorm Fernseher sitzen und sagen, genau so geht's mir nämlich auch. Luki, wir sind gesund, ne? Denk mich jetzt heute, Luki will auch dazugehören, merkst du es? Wir schauen uns mal das Wetter an, weil ich glaube, die Sonne kommt und das tut ja dann auch immer. Gut. Das ist super. Das ist wirklich richtig gut, der Sommer ist zurück. Ich sag's ja immer wieder, ich werde nicht müde, es zu betonen, jedes Jahr wieder. Ich habe ja geheiratet am 12. Oktober und es ist jetzt immer so, seit Jahren, ja, ja, ist schon ein paar Tage her, seit Jahren, dass da ganz tolles Wetter nochmal ist Mitte Oktober. Wir haben ja bei 25 Grad und Sonne geheiratet. Also irgendwie...